ARD Text im Auftrag von Funk 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 Also ich hab schon Level 2 hätten, ne? Und Level 2 Rucksack. Oh, 4-fach, aber dafür hab ich jetzt 4-fach. Ich hab keine Besten. Los! Ey, Christian, guck dir das mal an, ich brech jetzt ein. Warte, 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 warte. Ich muss das noch Aufnahme haben. Okay, mach. Ja, komm schon. Krasse Einbrecher. Dreimal verkackt, ey. So wie jede andere Einbrecher auch. Oste hier, ähm, Kevin hat eins zu Hause, ey. Warte, leise. Ich dachte, ich hab selbst draußen gehört, die nicht von euch waren. Der bugt schon wieder, Alter, könnte ich's kotzen. Hallo, grüß. Guck mal, ich schaust. Warte mal, ich probier's mal, warte mal. Christian, kannst du nicht, warte mal, ich hab ne Idee. Christian, kannst du auf mich drauf springen, geht das? Nein, nein! Dann da rein. Ne, das hat... Auto? Der hält das jetzt nicht auf. Das hat sie angehalten bei uns, ne? Glaub ich nicht. Das hat sie angehalten. Fake News. Ein Prank da stehen. Die Sounds sind so kacke in dem Spiel. Nein, das hab ich natürlich. Jungs, könnt ihr jetzt mal vielleicht mit dem Scheiß aufhören. Und ein bisschen serious spielen. So ein klein wenig. Nicht viel, nur so ein bisschen. So, so, so ein kleines bisschen. Das macht jetzt der Trend Sinn. Wir schaffen das irgendwann, Mann. Da oben im Haus. Wo? Zu uns. Oh, lol. Was ist mit dem blauen Dach? Ist das Ding nicht geladen? Rausgesprungen? Äh, anderes Dach, anderes Dach, anderes Dach, noch einer. Alter. Jo, alter. Ich glaub, die wollen uns pushen. Geben fallen ein bisschen zurück. Nimm die Bauers Deckung. Wir sind auf das Feld. Das ist kacke. Riss, ich hab gesagt, komm zurück. Ich war schon da. Könnt nix machen. Alter. Die Granate kam gut. Ähm, jo. Ähm. Ja, mal spring hier über die Mauer hinter dir. Die kleine Ecke am Baum. Ja, aber ich weiß nicht, wo der Rest ist. Jo, der kommt zu dir. Zu mir? Ja, zu dir ins Haus. Was ist denn am pushen, wenn du da rein rennt, du kriegst? Ist der drin? Ja, das war wieder raus. Nein, sim, sim, sim. Ist tot. Schön. Ach, ich hätte sich beinahe auch noch erwischt dabei. Äh, ein paar Achtfachversiere, falls ihr braucht. Ja, ich nehm eins. Alter, jetzt geh da rein, du bist doch so gut im Einbringen. Danke. Woher kommt der Schuss? Ist aber ne fetter Sniper, glaub ich, oder? AWM, AWM, hab ich's doch richtig gehört. Sicher nicht im M24, dass du das veröffentlichst. Nein, ABM, da steht ABM drauf. Bei den Teilen läuft einer da rum. Ich schieße aber nicht auf den. Zwischen den, äh, neben der Heuhalde. So, ich bin in der Zone. Ich habe mir das aus den Augen verloren. Kann sein, dass es in der Scheune drin ist. Ich sehe, ich sehe ein... Ah, du Kacke. Ja. Ah, bin zwar lang. Fiff den Wichser einfach nicht. Der in dem roten Haus. Da sind zwei. Ah, woher ist einer? Nein, ich schaff's nicht, ich schaff's nicht, ich schaff's nicht. Chris, Chris. Was, was denn? Ja, hilf mich halt auf. Wo, ach so. Ah, sorry, sorry, hab ich nicht mitbekommen. Ich sag extra noch, ich schaff's nicht. Ja, ähm. Ähm. Ich kann nicht, ich kann nicht, ich kann nicht, ich kann nicht. Hier, wo ich steh, bin ich safe. Ich bin grad fast tot, ich komm nicht grad zu dir. Ich, ich... Er versucht mich gleich zu holen. Ja, ja, lass dir Zeit. Geht noch, geht noch, geht noch. Noch bin ich safe. Ich krieg ein bisschen vor, damit ich vielleicht was seh, aber noch bin ich safe. Ähm, ich würd gern wissen, was mich gehört. Nein, nein, nein. Der hat zu kämpfen, der hat zu kämpfen. Okay. Fang, fang. Nein, ich bin... Kann um die Ecke, Lu, schon. Äh. Wo's dich hin? Knien. Ah. Ah. Oh, oh. Der sieht uns gleich. Da brauchst du jetzt Hilfe, Karten? Nee. Okay. Hier, rein schon. Wir müssen auflaufen. Ja. Wir müssen kämpfen jetzt. Ich würd sterben. Sicher? Ja. Bin down. Wir sind im Gebäude drin. Und tot. Oben. Oben. Nur Beute drin. Was, der sieht mich? Verdammt. Die trifft. Bin gleich tot. Das musst du machen. Und tot. Ah, ich hab's gewusst. Ich hätte nicht stehen bleiben dürfen. Da ist er. Von draußen hinter dir. Ich weiß. Puschen jetzt von beiden Seiten. Direkt noch da drinnen in dem Raum. Nein. Nein. Ja, schau mal. Ich wollte... Ah, das ist bitter. Ja, ich... Alter, das sind noch... Alter, das sind drei Leute auf einem Fleck jetzt. Ja. Ja. Vierer Squad. Ja, ich hätte nicht hin müssen, aber... Ich hatte mir die Chancen nicht groß ausgerechnet. Deswegen wollte ich einfach das Spiel ruinieren. Da, jetzt verwenden wir den Strandbuggy, wofür er verwendet werden sollte. Als Strandbuggy. Meinst du, wir finden hier auch nur ein einzig... Das Boot! Frei hat sich wohl erüblicht, oder? Ja, okay. Oh, oh, vor uns. Unser Baum. Ja, ich sehe jetzt. Holen. Warte noch, warte noch, warte noch, das sieht uns nicht. Das sieht uns nicht. Lass erst in die Zone. Nur zumindest Richtung Zone. Wir müssen in den Boden, oder? Moment. Ich könnte den One schon. Jetzt! Oh. 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 Was hat er denn? 24? SKS? Hast du das noch gehört? Ich kann ihn nicht... Oh, ich sehe! Oh Gott! Den habe ich gerade gesehen. Ich auch. Sonst schätze ich mal 300 Meter, ne? Wir müssen zu ihm. Ja. ja. Ich bin von. Ja. Oh Gott! Ich sehe ihn. Ich sehe ihn. Ehhh... Ich sehe ihn. Oh Gott! Ich sehe ihn! Ich laufe grad ein bisschen so zickzacken und bin erstmal wieder vor dem Wo ist der denn? Der ist äh, die hört sich von dir, ah im Zwischenbäumen Alter Danke Pass auf, da ist ein zweiter Ja, ich seh'n Huh Schön Zone? Achso, du bist drin Scheiß auf den Loot Jaja, wo ist der andere denn? Ich bin der Granaten, ah da, krieg ich noch Alter, Granatenshow ist wieder on run, oder was? Ja Schönes Ding, schönes Ding, du hast mir so'n den Arsch gerettet Pfff, wir haben ja, tut was man kann, ne Äh Links von der Schüsse, äh, rechts von uns in weiterer Entfernung Schüsse, das heißt mindestens zwei Parteien in der Richtung Nimm mal zwei Achtfachsuche mit, ne, zum Spaß, ne? Ja, mach das Äh, ich pushe dabei ein bisschen weiter vor, schaue ob ich ir- Hinter mir Geh mir Deckung, wenn möglich Ich muss grad, äh, mich halten Äh, äh, wo, 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 wo? Ah, so, ich seh'n Jetzt auch noch? Wo ist sein zweiter? Ich seh'n nicht Unterkomme Oh Oh Ist der Fall direkt vor mir Oh mein Gott, danke, Alter, wie, wie häufig wissen wir noch den Arsch retten Wieso hat der mich nicht gesehen? Ich schieß' ein Team mit tot Und der ist... Was ist das denn? 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 Oh ja, wir laufen direkt auf die Leute zu... Also den Schüssen nachzuhören Oh, kann ich seh'n welche im Feld laufen? Zwei Leute im Feld laufen weiter weg, rechts von uns, so Nordwesten, fahren und fahrt sowas Ja, das habste grad gesehen Das sind nicht die, die geschossen haben, aber das weiß Ah Ah Fünf andere, noch zwei Stück seh' ich Einer schießt Äh, ja Das heißt, Möglichkeit besteht, dass noch zwei Links von uns sind Ich geh' noch ein Ich geh' jetzt mal zum Stein und dann... Vielleicht find' ich die Ich mach' den einen gerade am Baum jetzt weg Also, das Feld ist... Der läuft auch noch auf dem Feld Wieso schießt du jetzt, wo ich noch schnell? Sorry, sorry Ich bin... Dreimal angehltet Ich geh' auch ein bisschen weiter Ich hab' ihn ausgenockt Da bin ich... Kann ich mehr finchen Na, der ist wahrscheinlich hoch, wo... oben Ja, ich schau' gerade hinter uns Sorry nochmal wegen dem... ich hab' nicht auf dich geachtet Passt schon, passt schon Wo ist einer? Oh Gott, scheiß ich Neben mir Wo wird geschossen? Ich glaub' zwei Leute schießen an mich Ich glaub' zwei Leute schießen an mich Hinten, äh... Es wird was... so zwischen den beiden Felsen Zwischen den großen und beiden Felsen Zwischen den großen und beiden Felsen Schießen grad' mehrere Leute auf mich Ich boost mich jetzt nochmal Also du läufst quasi auf einen Zug grad Also zwischen den beiden Felsen Ja, ich push die Ja, ich schieß auf den anderen Hab' den mal gut gehittet Ja, aber oh Gott, er ist immer noch da Ok, ich muss meine Chance aus'n bisschen weiter in die Zone reinlaufen Oh, ich schau'r Ja, ich mach' noch ein Headshot Ich muss weiter in die Zone reinlaufen Wo bist du denn? Ich bin in der Zone Uh! ich hab richtig hartkopf verämt, oh Gott, wo sind die denn? so einen weiß ich ja ich auch weiß einen ach so weiß ein der hat den auf den Tippen, der auf mich ganz alt geschossen hat oh, ich kann mich boosten ja, der ist irgendwie zwischen uns jetzt einer und ich weiß wo der letzte, nee, zwei sind es noch aber der, einer wird jetzt unten verdecken, einer ist nämlich unten, der kommt da nicht mal hoch ist das Ding also einer ist da unten, meinst du, ne? ja, einer ist definitiv da unten und der kommt nicht mehr hoch hast du die geworfen? nein, nein, nein dann hinter uns ist das vielleicht der Einzelne? ist das also nicht der unten, also vielleicht der unten ist? der kann doch niemals so hochwerfen oder? hä, wo sind die? hab ich gesagt jetzt pass auf einer ist ausgenommen ja, beide unten die sterben jetzt wenn da wird noch chicken dinner, oder? alter, was ist denn das? hab ihn! was ist das denn? alter! jo, das war ne angenehme runde ich danke dir für die zahlreichen arschrettungen in dieser runde bedankt sich bedankt sich warte, bedankung von deinem Baiter ah, yay ey, von meinem Bait, ey mit dem geilen Hotpants alter, was ne geile runde jo, wie viel Kiste hast du? fünf ah, scheiße du hast vier? ja ja das ist die Pistole ja die geht zum Kopf ich pisse auf die Gegner Mario, kannst du dich mal bitte da runter nehmen? Mario, sag einfach ja oder nein äh, ja ach so, das du Hohenso so, wir haben die zwei Pimmelköpfe hier jetzt abgeholt ja, Tanzverbot ist am Start sauer die Achterwanne geht so ab ich tänze mit der Gänse ja, na 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 ähm ähm ich will schon so keine Leisheit nein ich lapp nicht oh mein Gott oh mein Gott aah 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 Vielen Dank.